so leute und herzlich willkommen zu einem neuen video heute gibt es die mercury von kometa sieht man auch schön auf der rückseite hier alles schön gelb mit dem blauen kometa das sind im grunde eigentlich nur richtig große kreckenwelle 1 kat 1 steht drauf mal gucken vorsichtig große aufreitung die können ja gar nicht richtig scheiße ungefähr rambo nicht kaufen leute das war es jetzt kommt auf jeden fall nach einer aufnahme in der nacht und jetzt mercury von kometa topteile leute unbedingt die kaufempfehlung 3 euro 50 für drei stück bisschen teuer aber die lohnt sich und